hallo ja bin ich jetzt auf youtube oder was ich bin ja eigentlich mehr so kamerascheu aber was willst du machen heute ist beltanenacht der fünfte vollmond im sonnenjahr ich würde den euch gerne auch mal zeigen da draußen aber das problem ist ich sehe den selber kaum der modus war total voll aber der wald ist auch total dicht ja und dann habe ich mir gedacht da kann ich auch mal selber im einklang mit der natur sein total voller mond total dichter wald und ich das hier ist mein klang brunnen mein heiligtum ich weiß nicht ob man hier was sehen kann wenn ich hier mal so ein bisschen hin leuchte ne ja ich mag das ja hier weil weil das ist ja so schön total still hör mal wie still das hier ist wenn ich jo ja wenn ich mal nicht labere ne hör mal ja deswegen habe ich ja auch weil ich die stille so liebe hier habe ich ja hier auch meine ganzen flöten dabei die meisten spielen die nur verkehrt man kann die flöten total schön still spielen man muss die richtig rum halten nur ne guck mal wenn man die so rum hält wie schön still das ist ne die meisten machen das verkehrt die halten die so rum aber das ist scheiße dann sind die so laut ja wollte ich nochmal sagen ne also wenn ihr richtig flöten spielen wollt so ruhe jetzt ne ruhe jetzt ne ruhe jetzt ne ruhe jetzt ne ruhe jetzt ne